So, Kandidau-Studio. Brainwash und Bonewash. Gehirnreinigung und Knochenreinigung. Hier ist die Thymusdrüse. Genau unter der Thymusdrüse legen wir fest den Punkt Zubei. Verwenden sollte Hanisch. Dann haben wir hier hinten den Punkt Singtee, geheldete Heldentitel. So, jetzt sagen wir Jingtee Su, Zubei. Zubei Jing, Jingtee. Dann haben wir das Gehirn gereinigt. Jetzt wechseln wir zur Knochenreinigung. Jingtee Su, Zubei. Zubei Yang. Yangtze. Yangtze Su, Zubei. Dann haben wir jetzt noch einmal nichts. So, wenn wir das jetzt den Leben verwenden wollen, dann gehen wir wieder zurück zu Jingtee. Das heißt, es geht um die Ungerechtigkeit. Dann gehen wir wieder zurück, dann gehen wir wieder zur Knochenreinigung. Dann gehen wir wieder zur Knochenreinigung. Und die wollen wir den anwenden mit Su Bai Yang, Yang Te, Yang Te, Li Li Seng, Tom Tom Bo, Tom Bo Li Li Seng. Heißt Schicksal, du kämpft, Schmerzen machen aber, Li Seng Su, Su Bai Su Bai Yang, Yang Te. Dann haben wir so einigermaßen noch die Knochenreinigung. Dann dazu gibt es Vokabeln. Dann gehen wir wieder zur Knochenreinigung. Die Seng Yang Yang Te, Yang Te, Yang Te Su, Su Baη Su Bai, Su Beer Sing Çin Te, Sing Te Lokke. Ja, jing-sie-vi-sie-vang-sien-wo-chen-dang-twa-i-swa-n-si-khen-ge-tao-su-sa-hai-she-su-su-wan. Das müssen wir noch mal zeigen, Jing-Ti-E-O-E-O-S-I. Wir gucken, dass wir das Ganze nicht mehr wegkommen. Dann haben wir hier, Jing-Ti-E-O-S-I. Kängiglaus-Studio für Synologische Meditationen.